Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal AuswandererTürkei. Interessiert euch für aktuelle Videos hier aus Süde, Kumkoy oder Efrenseki, dann seid ihr hier auf diesem Kanal genau richtig. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Wir waren gerade hier in Süde bei McDonalds und haben uns die Frage gestellt, ist McDonalds in der Türkei billiger wie in Deutschland? Wir haben dazu für euch mal die aktuellen Preise zusammengestellt. Also vergleicht! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ihr habt die Preise verglichen. Da vergleicht ihr auch die Preise, wenn es um euren Urlaub, euren Strom- oder Gasanbieter geht. Wenn ihr das wollt, dann geht bitte auf die Links in der Videobeschreibung und bucht euren nächsten Urlaub einfach darüber. Für jede Buchung von euch erhalten wir eine kleine Promission. Danke, sagen eure Auslanderraum aus Süde.